so hallöchen zurück zu den siedlern die ja im märz diesen jahres rauskommen hatte ja schon das total hier dieses hier durchgespielt mit den drei sachen hier heute sind wir jetzt mal im freien spiel sagen wir gegen den computer halt ja könnt ihr auswählen hier können wir gegen jemand anders spielen hier praktisch gegen pc mal drauf ich bin manchmal das volk auswählen was wir spielen würden jetzt mal bei dem bleiben ich hoffe es funktioniert jetzt bevor es kurz nicht funktioniert wie gesagt ich gehe davon aus dass die auch an der version noch arbeiten gravierende fehler aus ausmerzen wollen und ja so was haben wir hier schönes wir haben hier im endeffekt ja hier mal wasser das ist schon mal gut können wir fischer setzen was man jetzt auch hier sein hier sehen wir die ganzen leutchen hier muss ich ehrlich sagen ich habe das jetzt hier noch nicht gespielt also diese variante wir haben ja auch ein paar kämpfer hier am start hier ein bisschen was hier immer auch so es kam wir können leider nicht wieder hingehen ja das bisschen genauer hier man hört es auch transport eselchen kommen die markieren die kann man nicht markieren es laufen sie rum und okay okay wir fangen jetzt erstmal kurz an hier wo haben wir denn hier bisschen wald ich würde sagen hier hängen uns einfach mal ein ja holzhacker wie man sagen muss ich nennen will bleiben pflanzen man ihn einfach hier rein ihr seid hier wie die anzeige ich habe der volles kapazität hier ich hoffe das funktioniert so einfach nochmal noch eine straße hin ihr seid auch hier er geht es nicht durch den baum durch ihr habt jetzt hier die möglichkeit die straße soweit zu pflanzen hier so sehr schön okay aufpassen wenn er dann nicht dass er dann aus der noch mal eine straße baut ist schon ein paar mal passiert hier im tutorial auch schon beim probieren und beim freien spiel ja so jetzt brauchen wir noch eine sägmühle die sache muss ja irgendwo versägt werden ich würde sagen man kann es auch drehen wir trennen uns selber auch mal kurz das war jetzt falsch ich hoffe es hat doch funktioniert hier na ihr könnt auch drehen mit beiden maustaschen gedrückt teilen wir müsst halt auf teil nur nichts markiert haben dann könnt ihr hier praktisch euch drehen könnt aber auch wie gesagt mit der tastatur machen so ich hoffe dass das jetzt hier funktioniert hier die sind auch nicht soweit ja ist das sammeln zu du ach nee die wollten ja gar nicht genau der muss arbeiten die hacken hier hinten schon obwohl die hüte steht doch schon ja genau die hüte steht doch schon ja ist okay ich bin jetzt soweit die bauen auch schon straße ist dran der funktioniert auch schon wirklich genau da steht es ja auch sehr schön jetzt gucken wir mal ob man jetzt hier schon eine das sind die min eine farm kann man ja bauen jetzt selbst ja hier produkte was es oben hergestellt wird eine fischersache das problem ist jetzt nur das hätte jetzt hier oben die anzeige ihr habt ihr nicht das volle schausschöpfung möglichkeit und es müsste praktisch muss man gucken dass man gucken ob die schon läuft läuft ja es werden jetzt natürlich noch baum stimme ist es schon angeschlossen ja es scheinbar ist angeschlossen aber es ist halt noch nichts da von denen da aber die machen das hier schon fleißig genau das ist alles hier oder sind es das ist das ist mal gucken wo man geschwind ja ihr seid hier die man ja auch schöne bewegungen hier ähm genau gut die stehen ja alle in der gegend rum die kann man nicht auswählen ja ja ihr kriegt schon was zum bauen jetzt eins nach dem anderen hier du bist ein krieger sind ja alles krieger hier was ist denn du für jemand das sind alles krieger die stellen wir einfach mal ein bisschen hier auf die seite hier wo haben wir denn hier dann stellen wir sie mal hier hin so jetzt gucken wir mal hm 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 gut ja hier seht ihr auch mal die sind das ganze inventar was momentan da eingelagert das ist nicht so viel ne hält sie echt in grenzen und äh ja genau so jetzt mal ein bisschen schauen hier muss ich gerade mal kurz was nachlesen diese männchen hier die können eigentlich dazu einstellen hier das gebiet hier für euch zu vergrößern die klopfen da so diese begrenzungssteine rein und vergrößern somit das ganze gebiet hier ne die machen das schön klopfen gut drauf gut ist so jetzt können wir mal gucken dass wir hier den fischer hinsetzen ihr seid hier haben wir noch nicht das maximum wir müssen bis hier vor um das maximum ein fisch raus zu kriegen hier werden wir aber gleich auch haben ihr seht auch hier die fische ne 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 nimmann ist praktisch jetzt hier schön groß ne 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 Ähm, jetzt überlege ich hier gerade noch, wenn wir was anderes bauen sollen, können. Ähm, was wir hier sonst noch machen könnten. Wohnhäuser sind diese Dinger hier. Sagen wir, haben wir doch einmal hier ein Wohnhaus hin. So. Und auch die können wir dann wieder mit R und T drehen. Ja. Wie ihr sie halt haben wollt. So, zum Beispiel. Und hier wird aufpassen, dass es nicht irgendwo ausversehr hinsetzt, wenn ihr es noch ausgewählt habt. Ich bin aus Erfahrung. So. Guter Mann. Ja, ja. Das soll ich einfach noch ein bisschen hier rausbauen. Dass wir hier nur ein bisschen mehr rauskommen. Ich frage, ich brauche nicht dafür Steine, oder? Ich glaube fast nicht. So, dennoch. Und dann gucken wir mal. Das Gebäude hier ist jetzt, naja, ihr seht jetzt hier das Maximum haben wir jetzt hier. Dann würde ich sagen, da können wir das wieder schon setzen. Ne, wir setzen jetzt mal hier hin. Zack. Zack. Okay. Da rennt auch schon einer. Der ist unbedingt hier. Bauen will. Na, die rennen jetzt hier. Ihr seid jetzt hier vom Material hier. Da kommen jetzt einige mit Material noch angerannt hier. mitten ans Wasser hier. Ich glaube, den können wir da auch. Ähm. So. Und wie gekommen. Obwohl, komm. Er kann ja hier noch ein bisschen weitermachen. Er soll noch ein bisschen hier raus. Arbeiten. So. Wir wollen jetzt ja nicht überfischen hier. Hier übrigens die Wohnhäuser. So sind die aus. Genau. Säckmühle arbeitet auch hier. Macht Holz hier. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier Steine haben. Mal gucken, wo wir hier so einen Typ haben. Da ist keiner hier. Der macht Musik hier. Wo haben wir denn die ganzen... Guck mal. Komm mal mit her. Guck mal hier hin. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Okay, dann muss ich mal noch mal nachgucken, wie das funktioniert hier. Es ist so leid, bin ich noch nicht. Ah, was haben wir jetzt hier? Okay, das funktioniert hier. Die schleppen hier schon die Fische weg. Würde ich sagen, stellen wir hier hinten einfach noch meinen Fischer hin, oder? Die Möglichkeiten, hoppla, haben wir ja. Da haben wir auch noch das Maximum. So, jetzt hier rücker fahren. Okay. Die arbeiten hier, da kommt schon das nächste Holz hier. Das ist doch schön. So, sehr schön. Okay. 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 So, ich muss jetzt mal kurz nachlesen, denn ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber das hier scheint wohl so eine Area zu sein, wo man eventuell, ja, Mini oder sowas, ähm, ja. Also, von dem her, ja, die soll jetzt mal da oben weiterarbeiten. Wir gucken jetzt mal, was wir hier noch alles machen können. Äh, Produkte. Die Frage ist, die Frage ist, können wir hier noch ein bisschen Stein herkriegen, ja, oder? Ja, ich würde sagen, wir können mal hier hinstellen. Und dann tun wir den hier mal noch mit einer Straße versorgen, weil ich glaube, uns gehen bald die Steine aus. Ja, ich bin schon ein bisschen fast zähniert von der Sache hier. Zack. Und so. Was? Oh, ich habe gerade irgendwas über zehn gerade eben. Wo denn? Ah, da steht einer. Oh, oh. Oh, oh. Haben wir nicht noch so ein paar Fuzzis hier? Ja, und die stehen hier lockerflockig in der Gegend rum. Okay. Sind die jetzt schon eingedrungen hier? Nee. Okay, das habe ich jetzt auch noch jetzt kapiert, dass die Steine so gehen. Okay, gut. Die Steine werden jetzt produziert. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Walking, ja. Da brauchen wir keinen Boost mehr. Da haben wir noch Steine. Die fangen jetzt hier an, ne? Ihr seht's hier. Aber hier ist noch nicht alles weg. Hier ist alles weg. Die haben wir hier jeden weggenommen. Ähm, noch nur irgendwo ist so eine Area. Ich glaube aber nicht, gell? Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier drüben. Da wäre wahrscheinlich noch eine. Na gut, aber das bringt uns alles nix. Wir müssen eigentlich da schon in die Richtung. Haben noch ein paar Ingenieure irgendwie rumstehen. Da haben wir noch mal zwei, drei. Ich stimme euch zweimal da oben hin. Bleib dir mal hier stehen. Gut. So, Steine werden produziert. Ihr seid jetzt hier. Hier wird geklopft. Hier wird geklopft. So, funktioniert also. Gut, das kann man noch bauen. Wohnhäuser brauchen wir welche. Komm, wir stehen noch nur ein paar Wohnhäuser hin. Zack. Hier haben wir noch ein Wohnhaus. Daneben nochmal eins. Wie ist denn eigentlich mit Foto? Ja. So, was kann man noch machen? Produkte. Essen. Farm. Bakery. Ranch. Okay, was haben wir hier noch? Ah, so eine Dinghütte. Für die Bären. Da wachsen noch überall. Es ist noch Bären hier, oder? Nee, das sind keine Bären. Oder sind das Bären? Nee, das sind ja keine Bären. Das sind keine Bären. Da oben wissen wir ja nicht, was da oben kommt noch. Wir stellen die jetzt mal hier hin. Dann gucken wir mal. Gut. 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 Jetzt haben wir hier noch Schönes. Das können wir alles noch nicht machen. Na, ihr seid hier die verschiedenen Sachen, was hier... Ja, gut, dass es oben dran steht, was produziert wird, mit was. Ne. Stone. Die produzieren Leute, die... Aber... Sehr viel Material hier wieder. Benötigt dieses gute Stück hier. Aber ich würde sagen, die können wir auch hier hinstellen. Müsst ihr eigentlich gehen. Ob es was bringt? Gucken wir mal. Schauen wir mal. Steine werden produziert. Holz haben wir noch genug. Und Lebensmittel, wie sieht es damit aus? Ja. Sieht doch mal nicht so schlecht aus. Gut. Die Frage ist jetzt, soll man uns sowas schon gönnen? Was ist das hier? Das war es, wenn wir da immer was hinsetzen. Ich würde vielleicht eher mal gucken, weil hier... Ob hier welche sind, wissen wir ja nicht. Aber ich würde sagen, wir stellen jetzt einfach mal hier oben einen hin. Wir probieren ja nur. Wir sind ja nur hier in der Testphase. Oh. Das soll jetzt auch sehr intelligent laufen jetzt. So. Wir müssen den Turm aufbauen hier. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Da ist jetzt scheinbar nichts mehr passiert hier oben. Ne. Da war nichts mehr. Am Start. Hier wird nur fleißig gefischt. Das funktioniert auch hier schön. Genau. Wohnhäuser. Kann man mal gucken, dass wir noch mal Wohnhäuser bauen. Training gesagt mit R und so. Zack. Da gibt es da auch noch irgendwie Bonus, he? Was ist mit dem hier los? Dem fällt die Bäume. Na, super. Das heißt, wir haben momentan... Ja. Okay, jetzt fällt uns die Bäume. Geht er jetzt nicht mehr hier rüber? Das ist wahrscheinlich nicht mehr sein... Bereich dann. Da ist auch gar keiner mehr drin, wie wir sehen. Die Frage ist jetzt, bringt es jetzt was, wenn ich hier... Die da praktisch da raus schicke. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Wir probieren es jetzt mal aus. Dann soll der hier mal raus bauen. So, aber wenn es jetzt momentan noch nicht so funktioniert, wie ihr vielleicht manche Sachen seht hier. Aber wie gesagt, ich bin noch in der Probierphase hier. Okay, jetzt haben wir hier diesen Turm. Dann könnte man doch eigentlich sagen, wir holen uns jetzt hier nochmal so einen Typ hier. Der soll hier mal noch ein bisschen hoch... sich ausbreiten. Und die sollen auch mal hier hochlaufen, ein Stückchen zumindest. Genau. So, soll mal stehen bleiben hier. Der montiert hier sicher bis leider raus, aber... Ja, das würde wahrscheinlich nichts bringen hier. Das ist zu weit weg. Also können wir den praktisch... Abreißen. Bringt ja jetzt nichts. Ähm... Das ist jetzt hier... Ist jetzt nicht unser Bereich, deshalb... Ähm... Ja... Machst du jetzt hier rüber? Ja... Erweitert das Ganze hier rüber? Genau. So, schön. Mal warten, dass es hier weg macht hier. Mal noch ein paar Bäume kriegen. Wir können euch auch hier... Das hier... Ah, das ist so ein Ding Wald. Okay. Okay. Genau. So, und das wird es auch schon wieder gewesen sein hier. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und, äh... Ja, wie gesagt, müssen wir es am probieren, machen und tun hier. Es gibt wahrscheinlich noch mal ein, zwei Folgen dann. Und dann... Dürfte ich wahrscheinlich auch nicht mehr spielen können wahrscheinlich. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 This isn't heavy at all. Delivery coming through.